Als ich Sangirinchen das erste Mal in Bhutan traf, ahnte ich nicht, dass dieses kleine Königreich bald mein zweites Zuhause sein würde. Bhutan ist ein Land am Scheideweg. Alles zieht in die Städte und die Landflucht ist so radikal, dass die Bauern nicht mehr in der Lage sind, ihr Land zu versorgen. Ich habe eine sehr originale Idee von einer neuen Generation von Farmer. Ein Farmer, der auch ein Environmentalist ist und auch ein Farmer, der sehr stolz sein wird. Mit kleinstem Budget, aber größtem Idealismus begannen Sangirin und ich, eine Fernsehserie für den einzigen TV-Sender in Bhutan zu drehen. In unserer Serie ist eine junge Frau aus der Hauptstadt gezwungen, zurück auf die Farm ihrer Großeltern zu gehen. Sie droht an der Härte des Landlebens zu scheitern. Doch als sie sich in den modernen Ökobauern, gespielt von Sangir verliebt, beschließt sie zu bleiben und für ihre gemeinsame Zukunft zu kämpfen. Die Serie soll den Bhutanischen Bauern Mut machen, denn ihre Existenz steht auf dem Spiel. Doch wie die Dreharbeiten voranschritten, begann plötzlich, unsere eigene Filmhandlung uns in der Realität einzuholen. So, you think what we've done so far is just not good or? Yes, not really good. I mean, I wish if you were a Bhutanese lady who is directing this. You don't care the emotion that you don't care the emotion that you don't care the emotion that you don't care. I think it's so unfair that you blame me for this, because... Okay, I'm not blaming you. Yes, you are blaming me! Mr. Kritsch, please understand, they're talking about me! Mr. Kritsch, please understand, they're talking about me! I just brought you guys from a big city to this local community where you don't understand anything! Right now, I really feel you have to leave. Mr. Kritsch, please discusses. Mr. Kritsch, please confirm me! Vielen Dank.